Das ist Naruto 9286. Herzlich Willkommen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Part 4. Batsch. Doch, doch, doch. Stimmt schon. Part 4. Part 4. Und jetzt gibt es da weiter, wo wir aufgetan haben. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich geirrt, aber nee, nee, nee. Wir haben uns nicht geirrt. Das ist tatsächlich Part 4. So. Jetzt. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das Expediamus-Zauberbuch. Da kann ich die manchmal echt wirklich, und da kann ich die YouTuberin echt manchmal verstehen, wenn die dann so am Ausrasten sind oder so wegen diesem Mist. Hm. Nee, ernsthaft, weil vollkommen kann ich sie verstehen. Ich kann sie in dem Sinne vollkommen verstehen, wenn dann sowas ist. Wenn dann der echt nicht anwisschen, wenn der häufig nicht mal, wenn der echt manchmal nicht anwisschen möchte, oder, äh, äh, ist es schnell hinbekommen. Ach ja, kommt immer aus dem Weg mit dem blöden Mikrofon hier. Ich habe das Expediamus-Buch. Ja. Da brauchen wir uns dabei echt nicht wundern. Wirklich, sorry. Alter. Ich glaube auf, so scheiße zu reagieren. Verdammte Kacke. Komm. Alter! Bist du mich gerade verarschen? Verarsch mich nicht, Junge! Verarsch mich ernsthaft, wie soll ich gehen soll? So, jetzt müssen wir So, jetzt wechselst du mir nirgends hin Hä? Oh! Wechseln Hä? Siehst du nicht ab, oder? Wollte mich verarschen? Wechseln Oh Gott Wechseln Ja Ich darf mich echt nicht viel anstellen Ich kann mich selber nicht an meine eigene Wechseln Hä? 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 Damen Hä? Ähm, wir sind kurz drin, das denke ich dabei auch. Auf! Auf! Alter! Mach! Mach! Ach, verliere uns! Ach, verliere uns! Ach, verliere uns! Nein! Nein! Ach, verliere uns! Ach, verliere uns! Ach, verliere uns! Ach, verliere uns! Junge, ich hab gedrückt, aber willst du mich verarschen? Das ist, glaube ich, das, was ich meine mit Spielver... ...mich verarschen. Verliere uns! Ach, sorry, hat das... Verliere uns! Ach! Oh, ja! Lachen zu blöd! Dreckskabel! Mach! Ach! Schau mal, ich hab doch gedrückt, Alter! Verrasch mich jetzt in einem vermisst Spiel, Alter! Ja! Perliere uns! Ernsthaft! Ja, er lacht zu blöd! Drecksvieh! Komm! Perliere uns! Perliere uns! Perliere uns! Perliere uns! Perliere uns! Ja! Dreckskabel! Ich hab' nicht in welche Richtung schmeißen! Ja! Ich hab' nicht in welche Richtung schmeißen! Ich hab' nicht schon überwärts bekommen! Ein Geh-Aus! Ein Geh-Weck! Oh! Pfff! Alter, das ist doch einfach... Ohne Witz, das ist behindert, Alter! Och, komm, Leute! Wirklich, das ist doch kacke, Alter! so wie der die scheißteile immer wirft alter das ist doch behindert ernsthaft flixt noch mal das ist natürlich das ist leicht aber wenn du jedes mal drückt im richtigen moment und dann das letzte mal jetzt wo ich das mache ich habe das expelliarmus buch das kann nicht sein dass ich diesen idioten überhaupt nicht mit das kann nicht sein dass ich dieses drecks gargoyle überhaupt mit das kann nicht sein schmeißt das ist doch normal auf wirf wirf doch ist das eigentlich alter Piaf 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 Hör auf, mich verarschen zu wollen, wenn ich knallt. Bitte schön. Ich hab doch gedruckt. Ich hab keine Stimme, die aus dem Bastard zu verdienen, oder ich will den noch einmal freig langsam. Expelliarmus! Oh, ich weiß nicht, ob ich die Schnauze aufrollen. Expelliarmus! 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 Verarscht mich das Spiel gerade! Jetzt verarscht es mich richtig! Jetzt verarscht es mich das Spiel gerade! Sorry, das ist jetzt echt eine Verarschung! Das ist nicht schwer, aber das ist eine Verarschung von dem Spiel jetzt gerade! Expelliarmus! Expelliarmus! Junge, lass los! Ich habe das Expelliarmus! 好! Ich raste aus, wenn ich den Schatz noch einmal wiederholen darf, dann raste ich aus! Und zwar richtig! weg jetzt hier das ist jetzt sowas Peliamos! Auf! Peliamos! 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 Alter! Hör auf mich verarschen zu wollen! Das ist dummer, ich dir deine Lassen zu tun! Ich weiß nicht mehr, ob du im Spiel bist oder nicht mehr! Peliamos! 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 Ich hab doch getugt, Alter! Ich hasse... ... исторisch. Ohne Witz, ich hasse das genau so. Da könnte ich dir einen echt recht geben, wirklich. Peliamos! Sorry, da kann ich dir echt recht geben, wenn sie sagt, dass es in den Extremismus scheiße ist, da kann ich dir echt recht geben. Expelliarmus! Expelliarmus! Ich hab' doch gedruckt, du Bastard! Expelliarmus! Ey, Leute, ernsthaft, ich mach' das Ding, ich mach' das Scheißding gleich offscreen, das reicht gleich. Jedes Mal diese Scheißprovokation mit dem Scheiß, dass das mich immer trifft, 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 was soll das Scheißdreck? Sorry, tut mir leid, ich kann's anders nicht sagen. Das hat jetzt so einen reinsten Fan-Part, Alter! Da, da kann ich, nee, okay, das hat, Junge, das hat nichts mit Blödheit zu tun, das nicht ernsthaft mit Blödheit da richtig zu drücken, das hat auch mit dem Scheiß zu tun. Oh, warte, warte, warte. Wenn das Scheißding dran ist und du drückst, und dann heißt's, nee, das zählt nicht, weil's dann dich dann erwischt. Ey, das ist eine Verarschung vom Spiel, wirklich. Das ist kacke, sowas. Weil, äh, ich find' sowas scheiße und nicht witzig mehr, ernsthaft. Ich habe das Expelliarmus-Buch. Da kann ich's dann verstehen, wenn sie dann so, wenn sie dann so scheiße reagiert, kann ich's dann echt, da kann ich den Steffi nicht verstehen, wirklich, da kann ich's dann nicht verstehen, wenn sie so scheiße auf das reagiert. Wenn das verkackte Spiel ein Verarschung wird, wenn du gleich drückst, und es trifft dich jedes Mal, was solltest. Das meine ich, ich hab' gedrückt. Peleamos! Peleamos! Es sar einmal ... ... Das war's für heute. Ich glaube, es ist nicht zu nah, so full of defeats. Oh, hey, Arbus! Ich bin auch Harry. Ich bin auch nicht. Ich glaube, ich bin froh, ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin nicht kapiert, das war wirklich. Lachen wir jetzt, lachen wir jetzt, du Drecksspieler. Alter, ich hab gedacht, du schpastisches Drecksspieler da. Sorry, aber wirklich, der Spieler, ich rassle euch nicht schlecht aus. Ich lass mir nicht mehr viel abziehen, ich lass mir nicht mehr lange was abziehen. Vielleicht reicht's. Vielleicht bin ich rein. Ich bin echt gleich so, weil ich die Schnauze ver... Oh, verarsch mich nicht, Junge, sonst bringe ich dir echt rein. Ey, ernsthaft, Leute, ich hab jetzt die Schnauze voll gleich. Ich hab so gleich die Schnauze voll, wirklich. Sorry, aber ich hab gleich die Schnauze gestrichen voll, Alter. Das ist der reinste Fail-Part, was es gibt. Liebsten soll ich aufhören, den Part löschen und das alles nochmal machen. Aber dann wär die ganze Scheiße umsonst gewesen. Deswegen, ich nehm... Ich nehm gar nicht Mühe als Fail-Part auf. Das reicht jetzt. Weil... Ich hab... Alter, wenn man sich... Wenn man so verarscht wird von dem Spiel... Ernsthaft glaub ich schon nicht. Nee. Wirklich. Da kann ich dann manche echt... Wenn man jetzt ein, zwei, drei... Mal... Okay. Aber nicht knapp fast vier, fünfmal oder sechsmal, Alter. Ich hab das Expelliarmus-Buch. Ich versteh nicht, wie man das... Wie man... Ich versteh nicht, wie man so eine Scheiße einbauen kann. Das mach ich ganz normal mit dem Kronos-Buch. Ohne so eine Scheiße einfach. Dass die hier immer erst den richtigen Zeitpunkt ausfinden, dass ich das dann drücken muss, den Knopf. Das ist Mist. Schlauferle. Ich halt jetzt mal... Ich konzentriere mich jetzt zuerst mal. Oh ja! Ey, Leute. Ich hör gleich auf. Ich hab gleich keine Lust mehr. Ich hab gleich die Schnauze voll. Ich hab gleich die Schnauze voll. Wirklich. Ich hab gleich die Schnauze voll. Wirklich. Wenn immer ich die scheiß klare Kassierung krieg ich einmal getroffen wieder. Das ist scheiße. Mann, ernsthaft. Ich hasse sowas. Expelliarmus! Ich hab auch mal begangen, die Scheiß treffe Kassierung. Aber beim Gegner Kassierung hat immer ich. Expelliarmus! Lachen zu blöd. Du trägst fiech. Expelliarmus! Komm! Ja, hör doch mal auf. Expelliarmus! Du bist so ein kleiner Bastard. Wirklich, Alter. Expelliarmus! Ey, wirklich. Das macht keinen Spaß mehr, Adam. Wirklich, das macht so keinen Spaß gerade. Wirklich. Expelliarmus! 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 Ich hab gleich die Schnauze voll. Jedes Mal diese dreckigen, verfickten Fails. Ey, ich hab gleich keinen Bock mehr, wirklich. Das ist nicht mehr witzig, langsam. Ernsthaft, Leute, das ist scheiße. Sorry, aber das ist wirklich scheiße. Darf ich dann... Ernsthaft, jedes Mal diese scheiße nach... Es sind 23 Minuten, wird diese scheiße verschwendet. Ich schwör's, Alter, wir... Ich bin froh, wenn ich das mit... Ich bin froh, wenn ich den Mist fertig habe. Und wenn ich den mit diesem scheiß... Entschuldigung, wenn ich diese scheiße nicht mehr machen muss. Ich bin froh, wenn ich diese scheiße nicht mehr machen muss. Ernsthaft. Ich bin froh, wenn ich das mit Ende halteile... Ich bin froh, wenn ich das mit den scheiß... Ich bin froh, dass ich das mit mir machen muss. Ich bin froh, wenn ich das mit mir mache... Ich bin froh. Verarscht mich! Verarscht mich jetzt gerade! Pass auf! Pass auf, Spül! Pass auf, Bedrecksspül! Pass auf! Verarscht mich denn! Ich kann aggressiv werden und kann zum Fenster fliegen Also hör auf, mich verarschen zu wollen! Hör auf, mich verarschen zu wollen! Sorry, aber trotzdem! Das macht mich gerade so ein bisschen dran! Expelh Create! Expelh Dort! Expelh Dort! Expelh! Expelh Dort! Das ist für mich gut konzentrieren, die Scheiße. Expelliamos! 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 Ich glaube, ich muss noch Blüppeln jetzt. Auf die Scheiße, auf keinen Fall. Expelliamos! 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 Es kommt. Ich habe noch ein Treffer bei dem, dann habe ich ihn. Ich habe noch ein Treffer bei dem, dann habe ich ihn. Ich habe noch ein Treffer bei dem, ich hoffe, er ist. Ich weiß nicht, dass ich einfasse. Expelliamos! Expelliarmus Expelliarmus Yes Endlich Gott sei Dank ist das jetzt kein reiner Fail Part Ich sag euch eins Wenn ihr die scheiß Felsen erzählen wollt Spult einfach auf 28 irgendwas vor Dass ihr dann den Sieg auch seht Meine Fresse endlich Aber ich mach jetzt grad was ganz anderes Bevor ich hier raus geh mach ich jetzt was anderes So Ja Harry Die Fingel Gott sei Dank Ich werde das dann auch absperren Dass ich den Mist auch immer machen muss Weil darauf ständig kann grad keine Was wirklich Wird mal schnell Leben auffüllen hier So So Okay Schon hier die Führers So Dann beende ich jetzt den Part Also dann Bis gleich Euer Naruto 1986 Schreibt mir in die Kommentare Abonniert meinen Kanal Und Entschuldigung wegen den Ausrastern gerade